Hallo und Glück auf! Wir starten wieder rein in die nächste Mission, ganz frisch. Metropole, weit auf legendär. Wir haben ja die Cutschen schon gesehen, also werde ich da ein bisschen reinlabern vielleicht, wenn mir was Gescheites einfällt. Tief durchatmen, Junge! Die ging knapp daneben. Kaliber 50, Raketen, nichts passiert. Besser zielen. Panzer! Scorpion, mit Scorpion-Low. Wo ist der Rest ihres Platons? Sind wir bald auch, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden. Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu. Die Wege unseres Herrn sind unergründlich, aber nicht heute. Das hier sind 66 Tonnen feinster, HE-spukender, göttlicher Macht. Panzer ist göttlich. Wenn Gott Liebe ist, nennt mich Amor. Was ist mit diesem Kerl? Wir haben das doch durchgespielt. Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar. Haltet euch beim Master Chief, er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. Hm. Äh, ihr sollt euch an mich halten. Das Problem ist, ihr werdet wahrscheinlich sterben. Weil wir werden wohl nicht ganze Zeit im Panzer sitzen. Steig schon ein. Der Chief ist an der Spitze. Pass auf die Seiten aus. Okay, der Halo 2-Scarpien hat kein Geschütz in der Mitte, wo die einsteigen können. Und da kommen schon die ersten Idioten. Weil ich kalt von hier aus, Blatt. Ich habe einen Panzer, der hat Reichweite. Ich kann selber schießen. Ist doch wunderbar. Notfalls hätten wir hier noch Warthog. Warthog, finde ich auch ganz... Äh... Ja. So, Schulbus. Aus der Zukunft. Gibt es da irgendwie was noch an der Seite? Nö, dann freshen wir mal vor. Wir haben einen Panzer. Wir sind unaufhaltsam. Irgendwie leer hier auf der Autobahn. Obwohl hier eine ganze Menge rumliegt. War das alles? Los doch! Du lebst noch. Jetzt nicht mehr? Da hat auch schon wieder der Ghost einen Flip gemacht. Na los, Tempo jetzt! Der ist ja total ausgeflippt. Äh... Der lebt noch! Ich habe ein Rave-Geschoss gesehen. Das gefällt mir gar nicht. Und der zieht ganz gut, wie das aussieht. Der ist auch tot. Das ist der Rave. Also die Gegner auf jeden Fall. Oh, das hört sich. Okay, ganz cool bleiben. Drexwave. Männer fahren, schneller. Ist er im Eimer? Ja, ist er. Die setzen mir ja zu. Und warum sterben die so sch... So sch... Äh, äh... So... So schwer. So langsam. Ich brenne schon. Was ist das so ein Dreck? Der hinterher hat nichts aus, der Panzer. Verdammt. Der Panzer macht doch nicht wirklich viel Schaden gegen die Ghost. Das finde ich ja... ziemlich ätzend. Gleich das Gefühl hinterwartet wieder was. Wir haben nur einen Kontrollpunkt. Bravo. Oh, hier ist das Loch. Äh... Beziehungsweise... Ne. Steigst du mit auf? Auf. Was soll das denn? What the fuck? Ich seh die doch nicht auf dem Radar. Was soll der scheiß? Den haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Das ist nicht gut. Das ist halt überlebt. Der Sword. Nein. Okay, die drehen auch durch. Wenn ich mal den Raketen werfe mit. Falls ich wieder einen NPC treffe. Aber hab ich's nicht gesagt. Die sterben wieder. Das war aber auch... Warum stirbt ihr so schwer? Das ist... Äh... Warum haltet ihr so viel aus? Alter, ich treff den dreimal. Ich musste schon rückwärts fahren. Warum überlebt der das? Geh mal aus dem Weg, Scheißgauss. Äh... Ich wurde von einem Hochexplosions- HE-Geschütz getroffen. Von wegen HE-Spunkt eine göttliche Macht. Der ist auch erledigt. Jetzt wird hier Tontrauben schießen. Wollte grad sagen Tontrauben fliegen, aber die Ghost teilweise auch. Also teilweise. Also ein einziges Heide. Die stolpern schon über sich selbst. Mann, ich treff die nicht. Da ist noch so ein Affe. Weg. Äh... So, versteck dich jetzt hinter den Fahrzeug hier, Ina. Oder den Lungen geworfenen. Und hinten kommt nix? Nö. Das find ich gut. Ich kündne mich mal ein bisschen an. Hä, was ist das denn? Hä? Was machen denn so Sachen da an, an Dings? An den Träger? Was soll das darstellen? Steckt sich hinter ein Gegner? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schön durchnummeriert. Was auch immer das darstellen soll. Nette Begrüßung. Ach, du Scheiße. Also, ein Hammerwechsel ist schon mal getroffen. Treffer. Knapp. Da hinten sind Ghosts. Ah, die haben keine schweren Waffen. Die Banschies schon. Ex-Banschy. Treffer. Vernichtet. War da nicht noch inner? Waren das nicht vier? Äh. Treffer. Na, traust du dich? Voll in die Fresse. Bäm. Voll in die Fresse. Da kommen die Nächsten. Die kommen ein bisschen schnell. Wollte schon sagen, da kommt schon wieder ein Ghost. Treffer. Wieder vernichtet. Aber die halten hier schon riesig mehr aus als Ghosts und Banschies in anderen Teilen. schön, wie, äh, der Zerstörer, Kreuzer, was auch immer da wartet. Neu Mombasa. Wir sind hier in Afrika. Weil zwei Raves sind fies. Oh, 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 oh. Ich muss fahren, ich muss fahren. Schneller, schneller, schneller. Schneller. winnen. Ah, ich vernichtet. Oh, ich kann, wow, ich kann hier die Gegens zerstören. Halbwegs. Kann ich auch jetzt auch woanders? Nö. Macht gerade Spaß. Die Stadt noch weiter zu zerstören, als es notwendig ist. Die Nerven. Hier von hinten kann man sie nicht zerstören. Blöde Elite, der sich hier noch versteckt. Oh, kommt jetzt nix. Und jetzt wieder ein Tunnel rein. Ja, die Ketten sind ganz schön zerstört worden von dem Panzer. Deswegen guckt er so. Fährt so häufig. Wie viel hältst du denn aus? Also in Halo 4 mache ich einen peinlichen Panzer, also einen Wraith. Einfach klauen. Okay, lässt sich ein schwerer klauen als in Halo 3 noch. Oh, da haben wir mal ein paar Kollegen. Hättet ihr mir ja nicht einen neuen Panzer mitbringen können? Äh, und... Warum prächt ihr schon wieder vor? Kann ich denn nicht mit dem Panzer hochfahren? Muss ich jetzt hier mit dem... Muss ich jetzt hier mit dem... Die Örsen weg. Kann ich das öffnen? Muss ich jetzt aussteigen? Ich pfeile mal in die Lage. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Okay, Leute. Kommt zurück. Warum seid ihr eigentlich blöden Deppen vorgerannt? Verdammt. Mist, die sind verloren. Doch nicht. Doch. Doch sind sie. Keiner, Junge. Keiner. Rein. Leute. Oh, ihr seid zu doof. Wo ist der andere? Tod. So. Jetzt muss ich natürlich auf die scheiß Scharfschützen aufpassen. Du lebst ja noch. Warum stirbt er nicht? So, jetzt habe ich einen Warthog ohne Besatzung. Ich brauche neue Besatzung. Ähm. Wäre ganz nett mit der neuen Besatzung. Ah. Ah. Keine Frage. Ich werde lieb sein. Gehen Sie voraus, Chief. Nein. Ach, ich habe einen Schrot in der Hand. Ich habe es schlimmer geschehen. Ich habe es schlimmer geschehen. Wenn die jetzt nicht zu doof sind. Und... Wenn die jetzt nicht zu doof sind. Was war das? So, das ist er. Okay, das war klar. Okay, das hat mir auf jeden Fall schon mal das Ding gerettet. Meine Leute sind wahrscheinlich... Nee, die nehmen da noch. Hau die Rakete raus! Oh! Wie den Scheiß hier einfach nicht sterben wollte. Toll, ich hab kaum noch nie. Bleibt nicht zusammen! Oh, oh! Oh shit, ich hab ganz, ganz wenig Munition. Mit ganz, ganz wenig Munition meine ich, ähm, gefährlich wenig Munition. Können hier mal ein bisschen Munition für mich? Ich kann's nicht entdecken! Mit letzter, ähm, Munition. Junge, gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe, du kriegst hier ne... Oder Mighty-Waffe, mit der du unendlich Munition hast. Äh, Mighty, Mighty-Waffe. Äh, und ich brauch neue Dings. Wär ganz... Wär... Wär wirklich... ...hinreißend, wenn du... Oh, ich kann den sogar wegschieben. Wenn du den hier... ...hier mal einstellen würdest. ... ... ... ... ... ... Aha! Warum ist der nicht gestorben? Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn an den Kopf gestriffen. Oh nein! Ernsthaft, jetzt? Na. Hm, nicht lang genug. Du bist noch ein Leben. So, hat halt gesagt, du kriegst das. Ah ne, muss ich erstmal das nehmen. Warte, warte. Warte doch mal. Renn doch nicht weg. Bleib doch stehen. Danke. Schnauze. Ich kann es nirgendwo entdecken. Was denn? Was denn, Junge? Keine Ahnung, wozu ich den noch brauch. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Ich hoffe mal, ich überlebe den Deppen jetzt diesmal. Und kann den irgendwie eleganter... Okay, weiter, weiter! Schwarzschutzmonie, äh, Gewehre... ...dingens, gedöns. Weil ich... Vielleicht find ich ja noch einen... ...NPC, der mit mir reisen will. Ähm, irgendwie hab ich das Gefühl... ...den kann ich hier stehen lassen. Und ich sollte doch wieder... ...auf das hier. Links, rechts? Hier ist die Sackgasse. Ist ja wunderbar, mal wieder. Wie sieht's hier aus? Ist es dunkel. Was soll denn das hier darstellen? Luftungsanlagen? Das regnet doch hier rein. Was soll das denn? Die haben die Gebäudetechniker mal richtig... ...verkackt. Attack! Warum stirbt der nicht? Da ist noch so ein... ...Affe. Oh oh. Der setzt sich in Bewegung. Zieht der auf mich? Kannst du mal sterben? Wie bist du jetzt gestorben? Da ist noch einer! Alter! Okay, wir nehmen uns doch mal... ...den Scharfschützengewehr. Der steht wirklich gut. Der steht wirklich gut. Geht's, dass du jetzt... ... und die Bedeutung... ... und der hier hat... ...kwärgert ihr... ... oder? Ich koche die Bedeutung. Ach erregelung. ... Doch. Können sie hier ganz schlecht laufen. Der stirbt einfach nicht. Warum haltet ihr so viel aus? Das ist selbst oft legendär unnormal. Da kommt noch einer. Okay, ich gehe nochmal zurück. Da hingen ja noch ein paar von den Teilen. Plan erledigt. Oh, toll. Die Waffen sind hier nicht gerade die stärksten. Da sind noch zwei. Ganz toll. Kommt da noch welche? Wie viele denn noch? Okay. Da ist noch einer. Da kommt noch einer. Und noch einer. WTF? Spawnen die jetzt hier unendlich nach oder was? Oh, scheiße. Letzter Schuss war das. Noch einer. Langsam ist genug. Scheiße. Wo haben wir hier noch so ein Ding? Da. Ja. Man hat es in diesem Spiel einfach mal echt mit den Snipern... Übertrieben. Wo ist der Arsch? Äh, der Arsch. Wo ist du? Scheiße, jetzt ist er abgehauen. Ich weiß nicht, wo der ist gerade. Ich weiß auch nicht, wo. Da ist ein Goldener. Gibt es meinen Kollegen noch? Normale Schauschützengewehr. Was haben wir da hinten? Da haben wir noch Eliten. Scheiße. Wo ist der letzte Scharfschutz denn gerannt? Verdammt. Das ist nicht gut. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn der hier reingekommen? Äh, hier ist der offen. Ähm. Wohin mit mir? Ja, leichtes Opferspielen vielleicht. Ne, das ist ein Goldener. Ne, das ist ein normaler. Roter. Na, ist der weggesprungen. Ne, da kommt der an. Habe ich ihn erwünscht oder kommt jetzt die Treppe hoch? Mein Problem ist, ich weiß nicht, wo der letzte Scharfschütze ist und wenn er mich tötet, dann bin ich gezwungen, das hier nochmal zu machen. Hm. Oh. Wo ist der? Da ist es zu. Splittergranaten. Da ist er. Das war der letzte von denen. Oh nein, da stehen die Dinger rum. Oh shit. Oh, das ist nicht fair. Das ist jetzt absolut nicht fair. Sonst zieht das Ding jetzt als Elefantenflint oder was? Also einen anderen Halo-Teil benutze ich total, um die Ghosts zu zerstören. Aber hier hat es ihn zerlegt. Nein, hat es ihn nicht. Genug Schuss habe ich noch. Das ist die Frage, wo er hin will. Und wo er gerade ist. Warum musste der NPC sterben? Beziehungsweise, wenn er gestorben ist. Ich weiß gar nicht, ob er gestorben ist. Wo ist der hingelatscht? Ist die Frage. Oder hat er versucht, da hinzulösen? Ne, ist kein. So, wir haben damit ein paar Dings ergattert. Ein paar Ghosts. Die sind hier alle tot, wie es aussieht. Endlich. Wir haben immer noch keinen Kontrollpunkt. Das finde ich scheiße. Das macht mich nervös. So, machen wir mal hier nochmal einen Guntgang. Hier ist nichts. Da in der Ecke gibt es da was. Versteckte Waffen. Ansonsten ist hier alles gecleared. Dann geht es jetzt da lang. Der Scarab ist über die Mauer. Der Shaab ist über die Mauer. Und dann geht's... Dann geht es dir Back.